Es ist schon so lange her, länger als es vorkommt. Mein erster Tag in Candyland. So viel Magie, so viel Macht. Bis eines Tages, sich alles veränderte. Candy! Komm raus, komm raus! Wo immer du auch... Ups! Candyland ist der Ort, an dem Träume wahr werden. Es ist der Ort, an dem ihr nie erwachsen werdet. Es ist der Ort, an dem ihr kämpft, woran ihr glaubt. Und wenn es Zeit ist zu kämpfen, kämpft ihr. Und wenn es Zeit ist zu laufen, lauft ihr. Aber ihr schaut niemals zurück. Und derart, wenn es sie informiert und wird, wenn es sie interesse Aqui kinder mindermine ist. Vielen Dank.